Los geht's! Eine unserer Ketten wurde getroffen! Kette wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Ha! Der ging voll durch Ihre Panzerung! Wir haben sie voll erwischt! Kette verloren! Wir sind bewegungsfähig! Wirkungstreffer! Noch so einer und die sind fertig! Wir haben sie nicht mal angegratzt! Kette beschädigt! Wir haben sie! Der ging voll durch Ihre Panzerung! Kette wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Geht mit der Stütz! Das war's für heute. Wir haben sie böse erwischt! Zirkungstreffer! Mit einem Töne zu muss ich den Bade des corps und den Bade des Kanten herausgegeben. So etwas wie man die Töne zu nehmen. Wir machen lieber eine sehr guter Waffe auf dem Bade. Wir machen das Fleisch vom Bade des Kanten.